Sie wissen es, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Schauen wir gleich mal auf die Nachrichten für den heutigen Tag. Gestern war ja von der Nachrichtenseite her relativ wenig los. Die wichtigsten Nachrichten kommen dann ab morgen. Denn wir sehen es heute hier, es gibt jetzt gleich in Großbritannien die Anhörung zum Inflationsbericht. 10.30 Uhr dann eine Rede von Bank of England, Governor Carney. Wir bekommen dann weiter noch ein paar Reden um 10.30 Uhr aus Großbritannien von den Notenbänkern. Weiter im Text dann heute die wichtigsten Relevanzen hier noch um 16 Uhr Nachrichten zu den Verkäufen bestehender. Häuser danach auch noch rund um Informationen und am Nachmittag hier noch den FOMC, die FOMC-Rede von Herrn Rosgreen. Also alles zusammen ein Tag, der ein paar Nachrichten beinhaltet, aber bei weitem nicht die Relevanz, wenn morgen der Mittwoch mit ein paar Informationen von der Fett gespickt ist. Also heute rein in den Handel, in die aktuellen Charts und ich weiß, wir haben auch viele Live-Zuschauer hier an dieser Stelle. Wer mag, sehr, sehr gerne bitte hier auf GoToWebinar oder auch auf Facebook gerne einen Wunschmarkt. Einfach die Märkte posten und danach können wir gleich auch den ein oder anderen Markt hier ganz individuell miteinander besprechen. Zuvor die Handelsideen aktuell. Wir sehen es hier gerade auf der Uhr. Kandola, japanisches Yen im Tagesschart in der Korrektur des laufenden Abwärtstrends. Hier gestern das Hochgefunden um die Marke von 82.124. Wir haben, wenn wir uns das Ganze mal mit den Fibonacci-Levels ausrechnen lassen, hier mittlerweile eine Korrektur, die in den tiefen Bereich reingeht. Also wir stehen an der Marke zu 50%. Hier an dieser Stelle bitte auch nicht wundern, wieso die Fibonacci-Levels andere Zahlen haben. Ich habe das für mich ein bisschen angepasst, weil ich im Trading ein paar andere Marken mit im Kopf habe. Aus dem Grund hier für mich die, ja sage ich mal, Anhaltspunkte, flache Tiefe, Mitteltiefe oder ganz tiefe Korrektur. Diese Dinge möchte ich gerne sehen und aus diesem Grund habe ich die Fibonacci-Levels hier entsprechend auch mal so ein bisschen angepasst, um das Ganze für mich besser erkenntlich zu machen. Zurück zum Chart. Wie schon gesagt, wir haben jetzt hier eine Korrektur, die in die mittlere Tiefe reingelaufen ist. Wir sehen hier unten das aktuelle Trend-Tief, wir sehen auch noch das Jahrestief. Und wir hatten den Chart schon mal besprochen, als wir hier unter dieses Level gelaufen sind. Ich ziehe hier mal kurz einen kleinen Rahmen rein. Dieses Level, das war schon ein wichtiger Punkt, weil der hat den Weg nach unten erst einmal geebnet. Das heißt, wir haben das Potenzial, wenn wir nach unten schauen und das Korrektur-Tief hier unten, also das Zwischentief um die 80, 93, wenn das rausgenommen wird, dann bestätigt sich das Bild, dass der Weg nach unten hin frei ist. Wir haben es gesehen, so eine Marke wird häufig nicht mit einem Schlag genommen, sondern es gibt immer noch einen Rücksetzer. Und so ein Rücksetzer bietet natürlich immer auch die Chance, dass man ein höheres Tief bekommt und der Markt hier rumdreht. Wenn das nicht passiert, dann können wir uns auf der Unterseite orientieren. Nun aber zurück zum aktuellen Geschehen. Wie kann es hier weitergehen? Erst einmal der Blick in das kurzfristige Trading zur Oberseite. Hier haben wir gestern das Tageshoch gehabt. Ich habe es gesagt, bei 82,12. Wenn wir hier oben drüber Stärke bekommen, dann haben wir gute Chancen, dass der Trend, der Aufwärtstrend, den wir auch in der Stunde sehen, der hier diesen Korrektur-Modus sozusagen begleitet, dass der weiter nach oben läuft. Der nächste markttechnische oder trendtechnische Anlaufpunkt, den wir haben, das ist hier oben dieses Level um die 82,55,5. Hier dieser Bereich. Natürlich kann das Ganze dann auch noch weiterlaufen. Wir wissen ja nie, wie weit eine solche Ausdehnung kommt. Wir haben hier auf alle Fälle mal aus technischer Sicht, aus Chartanalyse, hier die 83,358 als Zwischentrend hochstehen. Da kann der Markt problemlos ranlaufen. Eine Entscheidung, die gefällt werden muss, ist natürlich, ob hier Stärke reinkommt oder nicht. Die müssen wir selbstverständlich sehen und dann haben wir die Chancen, nach oben zu laufen. Auf der anderen Seite Umkehrsignale aus der jetzigen Situation heraus. Das heißt, wenn hier in diesen Bereich Schwäche reinkommt, haben wir selbstverständlich, sobald sich hier die Abwärtsdynamik nach unten ausbildet, bricht dieser Aufwärtstrend in der Stunde. Und das wäre dann doch eine feine Sache, das Signal zu sehen, dass wir hier uns nach unten orientieren. Und wie avisiert, man sieht es sehr, sehr schön hier im Stundenchart diesen Trend nach oben laufen. Hier schön nach oben getrendet. Aktuelles Korrektortief, wie schon gesagt, hier in diesem Bereich. Und da sehen wir, wenn hier oben jetzt Stärke reinkommt, setzt sich das Ganze nach oben fort. Dann haben wir ganz klar die Anlaufpunkte auf der Oberseite stehen. Und wenn wir uns da mal an diesem Trend hier nach unten orientieren, da sehen wir halt, was an Level noch vor uns steht. Und das nächste, sage ich mal, charttechnische Level hier, wäre dann halt dieses Zwischenhoch, ein Korrekturhoch bei 82,555 als nächster Punkt. Das auf der Agenda für die regressive Phase im Kandola japanischen Yen. Und weiter geht es hier mit dem US-Dollar japanischen Yen. Das heißt, wir bleiben dem Yen noch ein kleines bisschen treu an dieser Stelle und gucken uns ja eines der Hauptwährungspaare hier, die wir morgens besprechen können, auch mit an. Und was sehen wir? Eine Flagge. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Ganze als bullische Flagge oder beziehungsweise als bullische Bewegung oder als bärische Flagge zu sehen? Wieso stellt sich die Frage? Relativ schnell beantwortet, eine bullische oder bärische Flagge muss in einem Trend verordnet sein. Heißt also, an dieser Stelle wissen wir noch nicht genau, was es ist. Auf alle Fälle ist das Grundszenario erst einmal bärischer Natur. Warum? Schaut es euch an, der Abwärtstrand hier, der kleine ist gebrochen. Das große Zwischentief ist ebenfalls rausgenommen worden. Allesamt durch diese starke Abwärtsbewegung hier in diesem Bereich. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt eingliedern wollen, einmal in das gesamte Chartbild, dann sehen wir hier aktuell laufen die Gegenbewegung. Die kann sich auch ohne weiteres weit nach oben ausdehnen. Wir haben das ja vor kurzem auch in anderen Währungspaaren gesehen, wo man bei sowas selten oder manchmal kein Ende sieht. Der Markt einfach wie am Schnürchen nach oben läuft. Das kann hier immer passieren. Deswegen brauchen wir die Planung auch in eine Ausdehnungsrichtung. Nächster Anlaufpunkt wäre hier oben dieses Level. Das war ja mal ein Support technischer Natur. Hier unten haben wir es gesehen. Das ist jetzt zum Widerstand geworden. Hier oben die Marke von ungefähr 110,9. Hier haben wir auch noch ein Gap. Also dieser Bereich ist definitiv etwas, was eine Marktrelevanz haben wird. Da kann der Markt hier aktuell die Kurse ohne Probleme weiter auch nach oben laufen. Das ist offen. Punkt Nummer zwei. Wenn das Ganze allerdings dann tatsächlich einen bärischen, jetzt immer Bulle und Bär, also hier nach unten gerichteten bärischen Charakter hat, dann sehen wir hier den Bruch dieses in der Stunde laufenden Aufwärtstrends. Anlaufpunkte wären erst einmal unter diesem Tagestief hier an dieser Stelle selbstverständlich das Tagestief. Wir haben hier eine sogenannte Unentschlossenheitskerze. Also diese Kerze hier sehen wir oben und unten. Die Schatten sind in etwa gleich lang. Eröffnungs- und Schlusskurs liegen mittendrin und, ja, sage ich mal, nicht weit voneinander entfernt. Das ist immer ein Zeichen von Unentschlossenheit, dass die Marktteilnehmer eine Richtung suchen. Das passt so ein bisschen auch in das bärische Vorab-Szenario, was ich beschrieben hatte. Bricht das Ganze nach unten weg, müssen wir uns nach unten orientieren. Und dann haben wir tatsächlich die Chance, hier die Tagestiefs nach unten anzutesten unter dem von gestern. Das lag hier bei 109,807. Sind dann hier weiter zu sehen die 109,492, beziehungsweise noch ein Stück tiefer bei 109,335. Und dann haben wir schon hier unten dieses Level um das Zwischentief. Wird das dann gebrochen, steht mittelfristig noch hier der Support um die 108, knapp 5. Und dann ist der Weg auch relativ schnell nach unten geebnet. Also, wir sehen hier an dieser Stelle bei den ganzen Yen-Währungspaaren, die im Januar diesen massiven Schub nach unten gemacht haben, dass der Markt gerade wieder rumdreht und doch in Richtung dieser Tiefs läuft. Das ist eine Korrelation, die wir hier in diesem Bereich komplett haben. Das könnte durchaus das ein oder andere abwärtsgerichtete Szenario befeuern. Wir brauchen aber definitiv immer schön die Umkehrzeichen. Ich persönlich handel da nicht blind, weil das wäre dann im Prinzip Hoffnung. Und wie können wir sehen, genau wie gerade auch beschrieben hier im Kanal, sehen wir an dieser Stelle hier das Ganze laufen, schön trendig nach oben. Und wenn das Ganze eine Umkehrformation bekommt, dann ist hier sozusagen Feierabend. Dann könnten wir die Richtung nach unten mit bespielen. Wie sieht hier in diesem Falle so eine Umkehrformation aus? Ja, aktuell theoretisches Beispiel. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach unten, machen hier ein tieferes Hoch und drehen dann nach unten rum und machen einen Abwärtstrend. Das wäre ein erstes Indiz dafür, dass der Markt nicht weiter hoch will. Danach folgt der Bruch des Trends. Wir haben da vorher schon den Gegentrend. Und dann sehen wir die Anlauflevel nach unten hin mit laufen. Das wäre hier ein Indiz dafür, dass der Markt nicht höher möchte. Selbstredend brauchen wir es, weil er kann ja ohne weiteres, wie schon gesagt, sich weiter nach oben ausdehnen, um das Ganze mit am Laufen zu lassen. Also das mal hier ein kleiner Ausblick, was geschehen muss, dass der Markt nach unten dreht, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ansteigt. Und das sehen wir hier, wie schon gesagt, wenn es hier ein tieferes Hoch gibt, dann wäre das ein erstes Indiz. Kommt es zur Bildung des Abwärtstrends? Wäre das eine weitere Bestätigung? Dann folgt der Bruch des Aufwärtstrends. Also das kommt so immer Stück für Stück aufeinander aufbauend. Und das sind wichtige Marker in diesem Bereich. Und übrigens, das, was wir hier oben an dieser Stelle sehen, wir sind hier mittlerweile auch in einem Level angekommen, wo man sagen kann, da ist auch ein Widerstand oben mit drinnen hier in diesem Bereich. Warum? Hier, wir sehen es, das ist der Abwärtsschwung, der große nach unten. Hier haben wir ein Korrektur hoch liegen. Und wenn dieser Widerstand nicht überwunden wird, dann verwundert es nicht, wenn hier Schwäche, wenn hier Verkaufsdruck reinkommt und der Markt wieder nach unten dreht. Das zeigt uns hier der Stundenchart. Und als dritte Handelsidee, ich hatte ja gestern das WTI schon mit angesprochen, wir blicken jetzt hier in den Ölmarkt hinein. Das Grundszenario an sich hat sich zu gestern nicht wirklich verändert. Heißt also, wir sind weiterhin in einer korrektiven Phase zu diesem nach unten laufenden Abwärtstrend. Und wir haben hier am Freitag schon ein erstes, sage ich mal, Achtungssignal bekommen. Das ist möglicherweise hier, ja, sage ich mal, zum Stocken gerät, diese Gegenbewegung hier in diesem Bereich. Das war erst mal eine Umkehrkerze. Gestern haben wir dann auch wieder eine Kerze gesehen, wo die Marktteilnehmer so hin und her überlegt haben. Wir sehen es, wir hatten ein Tief, was unter dem Tief der Vortageskerze liegt, ein Hoch, was über dem Hoch lag. Das heißt, der Markt hat hier nach oben und nach unten getestet, konnte aber nicht wirklich eine Richtung finden. Das heißt, wir brauchen hier in irgendeiner Art und Weise eine Bestätigung. Das Top von gestern hier, die 63,78. Das Low bei 62,43. Hier in diesem Bereich schwanken wir halt hin und her, geht es oben drüber. Nächster Anlaufpunkt dann hier der Widerstand bei 64,66. Das ist hier das letzte gültige Korrektur. Hoch im laufenden Abwärtstrend, das wäre dann eine sehr tiefe Korrektur. Mit Blick nach unten, wenn der Markt hier tatsächlich wegbricht, dann haben wir hier das Tagestief vom Donnerstag letzte Woche bei 62,05 und dann unten schon den Support um die 60,60. Und auch hier hilft der Blick in die Stunde, um so ein bisschen was zu erkennen. Und hier sehen wir, das hier war der Freitag, das der Montag. Nochmal oben drüber gelaufen, komplett abverkauft, unten drunter gelaufen hier und das Tief wieder hochgekauft. Es bleibt jetzt spannend, was geschieht, wenn sich der Markt wieder nach unten orientiert. Dann geht dieses hin und her, erst einmal auch weiter. Wie schon gesagt, wichtig an dieser Stelle wäre hier der Bruch dieses Levels hier unten. Also die Fortsetzung dieser Unsicherheit vom Montag zur Unterseite hin. Und dann hätten wir die Anlaufpunkte hier auf der Unterseite im Chart auch noch markiert. Das heißt, erst einmal hier dieses Level der Fortsetzung, dieses Trends, der sich hier unten gebildet hat. Und dann haben wir schon die Supports auf der Unterseite. Das also zu den Handelsideen, kurz am Dienstagmorgen. Jetzt prüfe ich noch einmal in die Charts hinein, in die Chats hinein. Wir sehen gerade keine weiteren Fragen. Das heißt, an dieser Stelle gute Trades. Gleich im Handel, in der Vögelstunde geht es hier los. Der DAX fängt dann zur Haupthandelszeit an zu ticken. Er tickt ja durch, aber die wichtigsten Player kommen halt um diese Zeiten dann mit dazu. Allen, wie schon gesagt, gute Trades. Wir sehen uns morgen wieder. Den Blog gibt es natürlich vor dem Webinar hier morgens. Und ansonsten 8.30 Uhr sehen wir uns zur nächsten Besprechung. Fragen wie immer gern. Bis dahin, gute Trades. Tschüss. GAU соз